Gut, jetzt geh ich hier runter. Sehr dumme Idee. So, was gibt es hier? Ein Herz. Oh nice. Mir fällt gerade auf, dass ich wieder fast 999 Rubina habe. Das heißt, rein theoretisch könnte ich wieder zu der Fee gehen, vorausgesetzt. Ich kann überhaupt noch weiter aufstocken, das weiß ich leider nicht. Geht's hier rein? Nicht, dass es jetzt komplett wasted war. Gut, das war verschwindete Zeit. Ich schau mal, ob ich da hoch noch kann. Und wenn nicht, dann mache ich mit was anderem weiter. Lol. Okay, ich scheine hier fürs Erste nicht weiterzukommen. Hier weiß ich auch nicht, wie ich da hochkommen soll. Deswegen... Shit. Läuft doch alles, ja. Mein Mikrofon hat nämlich einen Wackelkontakt. Das ist etwas weird. Ja, genau deswegen gehe ich jetzt mal hier weiter. Und schaue mal nach. Ja, wie ich das Schieße machen kann. Zack. Das war genial. Ist das irgendwie ein Witz oder was? Ja, geht's nicht lang. Genau. Warte mal, ich weiß jetzt halt nicht, wo ich hin muss. Ich kann wieder nach rechts, noch nach links. Ach doch. Da oben ist noch eine verschlossene Tür, da könnte ich meinen Schlüssel dann verwenden. Hm, lol. Warte mal, war da oben noch was? Na. Ich renne nochmal hier lang. Ne, da ist nix. Da hol ich mir einfach mal die Truhe. Noch ein Schlüssel. Fuck. Lol. Da bin ich wenigstens, wenigstens schneller wieder am Anfang. Ich will da rüber wahrscheinlich. Ganz ruhig. Ganz ruhig habe ich gesagt, du stirbst. Ich hasse diese Hand. Nein. Das war Dump. Mann. Nicht bewegen. Gut. Geht doch. Ja, das ist mir jetzt nicht wert. Ob der Feuerstab mehr Magie verbraucht, wenn ich das so anzünde. Gute fucking Frage. Okay, das verbraucht zu viel. Ja, ist natürlich jetzt alles nur ungefähr. Naja. Wenn ihr die Lampe verbraucht gar nicht. Doch, aber die verbraucht weniger. Na, was ein Rätsel. Ja, gut, wenn man den Feuerstab noch nicht hat, ist man natürlich hier aufgeschmissen. Warte mal, muss ich mich beeilen? Ruf. Renne! Warum rennst du nicht? Ja, komm, shut the fuck up. Mal, irgendwie konnte ich mich doch zurück verwandeln, da erinnere ich mich doch. Da erinnere ich mich doch an etwas. Was ist hier drin los, das ist ein seltsamer Raum. Ich warte mal. Hä? Es geht da lang, okay. Geht es noch damit? Ja, gut, ich sollte meine Magie nicht so verschwenden. Alter. Alter. So, Versuch 2. Alter. Stopp. Gut, noch ein Herz. Ja, es ist so simpel. Es ist meistens so simpel. Warte mal, jetzt mache ich mal hier Luft, geht das? Ja, ich teste das mal alles, hier frieren wir sie ein und noch ein Schlüssel, es war so wichtig die zu besiegen glaube ich. Hier soll ich wahrscheinlich reinspringen, glaube ich, ich frage es nur wo ich da lande. What the fuck? Das war so nicht geplant. Oh god. Das ist der schwierigste Bosskampf bis jetzt. Oh. Greifen wir zum Bogen. Das Teil gibt einen Fick auf meinen Bogen. Oh shit. Okay, der war gerade nicht mehr so schwierig. Aber wahrscheinlich wegen... Wahrscheinlich wegen dem Feuerstab, der wird ziemlich viel Schaden gemacht haben, kann ich mir vorstellen. Also der Boss war schon schwierig, aber er war halt schnell besiegt. Das ist der Punkt, auf den ich heraus möchte. Link, ich danke dir, du hast mich aus den Klauern der Monster befreit. Hast du von der Prophezeiung der großen Zerstörung gehört? Gut. Hier, was ich darüber weiß. Wenn ein Wesen mit Bösen im Sinne über die Macht des Triforses verfügt, naht die große Zerstörung, die Legende erzählt aber auch. Das mit SZ, der dein Held kommt, der gegen das Böse kämpft. Und verliert. Ach nein. Dieser Held wird ein direkter Nachfahrer der Ritter von Hyrule sein, nicht? Wahr in deine Adern fließt das ritterliche Blut. Dann musst du Zelda retten. Dich erwarten viele Prüfungen, bis du der legendäre Held bist. Ich dachte, ich bin schon der legendäre Held. Hast du das alles verstanden? Hat er irgendwas sinnvolles gesagt? Ja, dass ich gegen Ganon kämpfe? Okay. Yay, Linkosan. Nein. Äh, aber ich hab den... Mir fehlt doch noch was. Ich hab doch noch nicht mal den ganzen Dungeon erkundet. What is this? Hab ich überhaupt ne Map? Doch, ne Map hab ich gefunden. Sonst wär der Raum nicht. Ähm. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie da hinten rankomm. Und ja, dann bis... Ja, bis gleich. Also ich mach nur einen Schnitt, deswegen. So, ich hab jetzt nicht rausgefunden, wie ich da hinkomm. Ich hab jetzt, ähm, in ein paar Komplettlösungen geguckt. Aber da stand nix dazu. Zumindest, komm ich davor ist anscheinend nicht hin. Vielleicht guck ich am Ende nochmal, oder so. Äh, ja. Das wär jetzt doch, tschüss. Okay. 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 Das war random. Ich wollt hier nicht rein. Ich bin grad hier hingelaufen und dann bin ich da auf einmal reingefallen. Gut. Wär das auch geklärt. Komm ich hier von hier irgendwie darüber noch? Naja, anscheinend nicht. Vielleicht, wenn ich das öffne, dass sich das hier drüben auch dann schließt. Als ob. Shit, was ist das? Will ich hier, was ist denn das? Was passiert hier? Komm ich jetzt hier nicht mehr raus, oder wie? Gut. Ist anscheinend nicht so sinnvoll der Raum. Naja. Wenigstens weiß ich das jetzt. Ich muss das jetzt reinziehen. Wir können hier drauf haben. Ich bin fertig. Das war's für dein wholly ein Zeig. Das war's für dennoch. Koffer zulloher. Was ist das? Und das war's für mich. Wann untert? Koffer zuvall. Was ist das? Wer will? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020